Hallo und herzlich willkommen bei EPIC. Heute stellen wir euch vor den Slishman Pressure Wrap. Heute haben wir für euch den Slishman Pressure Wrap. Wenn man es übersetzt, dann merkt man schon, dass es sich dabei handelt um einen Druckverband, den man anlegen kann im medizinischen Bereich. Gerade für den Erste-Hilfe-Bereich gibt es in der letzten Zeit sehr viele Neuentwicklungen, sehr viele Verbesserungen und Vereinfachungen in der Anwendung und bessere Materialien, die man dabei verwenden kann. Wir stellen euch das heute mal vor. Und zwar, ich habe eine Verletzung für euch mal mit dargestellt. Die haben wir mal mit da. Wir nehmen für die Verletzung diesen Pressure Wrap mal und ihr seht in der Anwendung gleich die Vorteile, die das Ganze bietet. Das heißt, ich nehme einmal diesen Druckverband, ziehe den direkt über die Verletzung mit rüber. Hier auf der anderen haben wir diese Schlaufe und dann ziehe ich es an dieser Schlaufe schon mal gleich fest, damit er direkt über dieser Verletzung die erste Abdeckung schon mal mit passiert. Und jetzt seht ihr, dass da in dem Band sind schon mal Klettverschlüsse mit untergebracht. Das heißt, wir fangen an, diese Bandage, diese Binde direkt über diese Verletzung schon mal mit rüber zu wickeln. Und je nachdem, wie stark ich da dran ziehe, an dem elastischen Verband, umso enger sitzt das Ganze natürlich. Das Ganze soll schon mal ein bisschen Blutstillung mit verursachen. Diese Klettstreifen übrigens, die sind im Abstand von ungefähr 25 bis 30 Zentimetern an dem Band mit untergebracht. Hat natürlich den charmanten Vorteil, wenn ich das Ganze runterfallen lasse, dann liegt nicht das ganze Ding im Dreck, sondern die Klettbänder halten das zusammen. Also so würde man es in den Schmutz fallen lassen, so wie man es von den anderen Binden schon von früher kennt. Und die Klettbänder halten das dann einfach in der Luft und halten das sauber. Wir wickeln direkt über diese Verletzung mit rüber und fixieren das dann. Ganz am Schluss ist hier auch nochmal ein Klettband mit angebracht. Wir wickeln das zu Ende um diese Verletzung mit rum und dann kann ich quasi hier auf dieses Klettband und auf diese weiße Beschriftungsstelle kann ich die Zeit auch noch mit eintragen, wann das Ganze appliziert wurde, wann das aufgelegt wurde. Ich habe mir ein paar andere Videos von dem Produkt noch mit angeschaut und dann sieht man, dass es immer genau an der gleichen Stelle direkt um den Arm drumherum gewickelt wird. Und dann hat es in den Videos immer den Effekt gehabt, dass der Rest von meinem Arm quasi nicht richtig durchblutet war. Das heißt, dann wird vorne die Hand erst rot, dann wird sie blau und dann tut weh. Ich habe das jetzt auf eine andere Art gemacht, falls man das mal hier ein bisschen mit genauer anschaut. Wir wickeln immer so x-förmig über diese Verletzung mit rüber und auf der Rückseite von der Verletzung haben wir quasi eine ganz breite Wicklung. Das heißt, hier habe ich fast die dreifache oder zweifache Breite von dem Verband gegenüber der Vorderseite und wir haben hier eine punktuelle Druckausübung auf die Verletzung mit rauf, was eine leichtere Blutstellung mit macht. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zurückbauen, dann kann ich euch das nochmal zeigen. Der Hersteller hat übrigens eine ganz interessante YouTube-Seite. Da testet er das Ganze mal und zwar ähnlich, wie man es bei einem Tourniqui macht. Das heißt, der nimmt es richtig unter Zug. Vielleicht kennt er das auch von dem SWOT-Tourniqui. Der nimmt es richtig unter Zug und wickelt es richtig extrem damit rum und erreicht dadurch fast eine ähnliche Funktion wie ein Tourniqui. Es ist weder noch TCCC zugelassen dafür oder empfohlen dafür, noch ist es als Tourniqui speziell ausgewiesen, aber in seinen Tests ja als nicht wissenschaftlichen Hintergrund mal gemacht hat, hat es fast die gleiche Wirkung gehabt, wie man ein Tourniqui haben kann. Das haben wir jetzt hier auch so mit erreicht. Das heißt, ich habe das Gurtband ganz, ganz straff und ganz eng da drum herum gelegt und wenn man es beim echten Arm machen würde, hätte man, wie gesagt, fast eine Wirkung von einem Tourniqui. Speziell ist es aber hier gedacht, als Druckverband den anzuwenden und von der Anwendung her, ihr seht, es ist super einfach zu machen, super schnell zu machen. Wir haben es ein paar Mal schon mal ausprobiert. Ich habe es auch bei mir selber am Abend schon mal ausprobiert. Das heißt, wenn wir diese Wicklung so wie jetzt hier machen, dann haben wir definitiv mindestens eine Wehenstauung oder eine Abbindung. Wenn ich es so mache, wie wir es zuerst gehabt haben, x-förmig über die Verletzung drüber zu wickeln, dann können wir auf der Rückseite, auf der gegenüberliegenden, breit gewickelten Seite quasi noch den Blutfluss mit sicherstellen und trotzdem einen Druck auf die Verletzung mit ausüben. Genau, so funktioniert das Prinzip von dem Produkt. Das Ganze kommt in einer Neopren-Tasche, die auf der Vorder- und auf der Rückseite klettfähig ist und die haben hier mitgedacht, finde ich super, wenn die das immer so machen. Die haben hier auf der Rückseite ein Kleppband schon mal mit aufgebracht, was mit Klebeband sogar auf der Rückseite ist. Das heißt, ihr könnt euch das im Auto zum Beispiel oder an eurem Arbeitsplatz, wo es mit Gefahren behaftet ist, da könnt ihr euch das an die Wand kleben und dann klebt ihr euch diese Neopren-Tasche direkt mit dazu und habt einen passenden Druckverband, den man auf die Schnelle mal anlegen kann. Auf der Rückseite von dieser Neopren-Tasche haben wir auch noch eine Gürtelschlaufe mit dran, die man einfach aufmachen kann und das an einem Gürtel oder einem Rucksack oder sowas befestigen kann. Auch eine praktische Variante. Und das Ganze ist mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss gesichert und jetzt habe ich da mal schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben das Ganze nämlich in Orange und in Schwarz und ich habe da zusätzlich nochmal mit reingebaut einmal diese komprimierte Gase, Compressed Gas, also einfach nur Wundmaterial, was wir euch schon bei der Wundtamponade vorgestellt haben. Das heißt, das kann ich dann direkt in eine tiefe arterielle Blutung mit einbringen oder ähnlich, wie wir es schon mal haben, auch das Quick-Lot oder das Quick-Lot Combat Gas oder das C-Lox. Das Quick-Lot würde sogar mit reinpassen. Beim C-Lox, das ist leider ein bisschen zu groß für diese Neopren-Tasche. Ich habe es mal ausprobiert. Aber was wir machen könnten, wäre zum Beispiel auch, dass wir ganz normale Kompressen noch zusätzlich in diese Tasche mit reinpacken oder eine Rettungssäke auch alternativ noch mit dazu, falls man das eben dann so haben möchte. Also da ist noch ein bisschen Platz gelassen mit dabei. Wie gesagt, das Produkt gibt es in der gleichen Variante, auch noch in Schwarz. Das kann man sich aussuchen, wie man das dann haben möchte. Jawohl, genau. Ist ein Einmalprodukt. Und von der Anwendung her, ich finde es super einfach, super gemacht. Und wenn man es auch mal im Vergleich sieht mit den Verbandpäckchen, die ihr zum Beispiel in eurem Verbandkasten mit drin habt, im Autoverbandkasten, dann sieht man, dass das eine wesentlich bessere Qualität ist. Ist natürlich vom Preis her auch ein bisschen nach oben anzusetzen. Aber diese kleinen Verbandpäckchen, die wir im Verbandkasten haben, lässt sich natürlich schon mitarbeiten. Aber von der Qualität her steht es dem natürlich weit hinten an. Ganz klar. Gutes Produkt, wie wir finden. Das Ganze würdet ihr finden bei Vero, auf der Seite vero.de. Wir blenden euch den Link unten nochmal mit ein. Was haltet ihr von dem Produkt? Habt ihr schon Erfahrungen mitgemacht? Soweit ich das gesehen habe, ist es relativ neu. Aber mich interessiert es trotzdem mal, was ihr davon schon vielleicht kennt oder gesehen habt. Kommentiert uns das gerne unten mal auf der Seite nochmal dazu, was ihr davon haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr es interessant fandet, dann gebt uns gerne ein Like, drückt auf den Abonnieren-Knopf und einmal auf die Glocke. Viel Spaß. Wenig Einsätze natürlich damit. Probiert es aus und lasst es uns gerne wissen. Bis bald. Ciao.